Du wirst gleich die besten GTA 5 Momente auf der ganzen Welt sehen. Wir spielen die schwersten Parcours, versuchen den unmöglichen Deathrun zu überleben und meistern die heftigsten Skill Races im ganzen Spiel. Schau das Video unbedingt bis zum Ende, um nicht den besten GTA 5 Moment in dem Video zu verpassen. Los geht's! Echt wieder los! Aus dem Weg, dein Oho! Da gibt's ein geiles Skill Race, Bruder! Hab ich auch gehört! Oh, ich bin schon sehr gut dabei! Hast du den Checkpoint geschafft, oder was? Nee, natürlich nicht. Ich auch nicht. Ich wusste nicht mal, dass da so ein geisteskranker Stunt auf uns wartet. Aber du weißt ja, gar kein Problem. Oh, ich hab ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Wo bist du denn? Er hat ihn schon. Dass wir hier auch mit dem Rollwall anfangen, ist ein bisschen unfair. Der muss ich... Oh nein! Jetzt geht das schon wieder los! Und das am Anfang! Du musst hier durch so ein Feuerring durch. Der sieht auf jeden Fall echt wild aus, muss ich sagen. Wie folglich ist der so? Ganz schön heiß! Oh Gott! Na ja, fast! Dann düst ich doch direkt mal vor! Würde ich auch sagen! Ah! Ah! So machen wir das also wieder! Ich hab doch die Schüssel gesehen hier in meinem Kofferraum! Nee, hast du nicht! Ich fahr mal hoch! Eiii! 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 Noch, Mann! Okay! Digga, das war ganz schön unfair, Mann! Gar nicht! Warte! Ich hab gesagt, warte! Ich muss jetzt hier anscheinend mit einer Geschwindigkeit fahren! Ähm, Bro! Also, mein Auto darf jetzt nicht so lange brennen, ne? Ich weiß! Du darfst nicht so lange im Feuer sein, sonst fängt es an komplett zu brennen! Oooooooh! Netter Versuch! Ah! Ja, kein Problem! Mann, Alter! Das ist cool! Okay! Das war ganz schön knapp! Bro! Du hast doch, glaube ich, was am Auto! Nein! Ey! Oh, das war so knapp! Und du fällst runter! Sehr gut! Das heißt, du hast genug Geschwindigkeit, um hochzufahren! Hau rein! Und du kriegst mich nicht mehr! Ja, verdammt, ey! Also, ich muss schon, ich muss ehrlich gestehen, ne? Also, es ist schon wieder sehr lange her und man merkt halt, der cleane Abgang fehlt mir! Boah! Die ist so hopsgenau! Ja, 1-1 würde ich sagen! Kennst du noch meine Lieblingswaffe? Ähm, warte! Darf ich mal sehen? Hier! Muss das sein? Okay, pass auf! Oh! Hä? Du bist so tot! Du bist so tot! Das wird ein bitterer Kampf jetzt hier! Du weißt ganz genau, wie das endet! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was du weinst! Das hat er nicht gemacht, ne? Ach, weißt du es wirklich nicht, ne? Nein! Okay! Ich helfe dir mal ganz kurz! Oh! Nein! Entspannend! Ach, Mann! Ja, fahr doch ruhig hoch! Kein Problem! Kein Stress! Alles gut! Schaffst du auch hier die Kurven? Ja! Oh Gott! Das ist ja ultraschwer, Mann! Oh Gott! Oh Gott! Als ob wir hier jetzt einfach so hochdriven müssen! Oh Gott! Oh Gott! Mit Kraft! Mit Kraft! Ey! Nein! Na, Broxo? Oh! Dankeschön! Also! Fairmer Dank! Ey! Ich komm jetzt nicht noch! Nein! Oh! Oh! Nochmal! Komm! Tanze mich! Tanze mich! Oh! Bist du dir echt sicher? Oh! Ja! Wie? Wie hat er das geschafft? Bist du dir sicher? Oh mein Gott! Bist du dir sicher? Ja, okay! Ja! Hast du gut gemacht! Nein! Ich fall runter! Ach nein! Ich Idiot! So! Aber du wirst, du sagst ja nicht für dich dass 15 Euro PayPal bekommen! Steck mit dir! Ja! Nein! Das müssen wir so nicht regeln! Komm! Ich lass dich fahren! Ich mach wirklich nix! Okay! Du kriegst 10 Sekunden! Okay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10! Oh! Nein! Elf! Ich lass dich um! Ich lass mich um. Weil ich nett bin. Weil ich nett bin. Ich bin auch sehr nett. Ich hab nen Platten. Ich hab nen... Oh ne ne? Warte! Ach Bro! So, dann fahren wir nochmal hier wieder hoch. Ganz kurz. Zum nächsten Checkpoint, ne? Nee. Haben wir dann auch mal geschafft. Ah! Oh, wahnsinniger! Nein! Wo wolltest du denn dahin? Oh mein Gott. Ich wollte nur was holen. Ich hab was vergessen. Was ist denn da unten, Denno? Warum willst du da hinfahren? Was ist denn da unten? Wir haben abgezockt auf jeden Fall. Ja, da wollte ich hin. Wir schließen Frieden. Aber wir machen folgendes. Wir machen folgendes jetzt. Du gehst auf die rechte Seite. Und so, dass wir uns nicht mehr sehen, hinter das Zeppelin, okay? Und dann passiert das, was passieren soll. Deal? Okay. Okay, wir gucken mal. Ich seh dich nicht mehr. Okay, es passiert das, was passieren soll! Es sollte wohl passieren, dass du runterfällst. Ja. Danke für den Hinweis. Easy. Ich hab nen neuen Checkpoint, ne? Ach, Mann. Und ich hab auch so ein paar neue Waffen in meinem Dings gefunden. Keine neuen Waffen in deinem Dings gefunden. Was denn? Ist das hier ne... Ne, ne Dings... Sniper? Hallo? Ey! Ey! Bitte! So ne Feuersniper, ne? In deinem Auto ist der Bombe. Nur ich kann die entschärfen, Bro. Ach, ne! Ach, bitte! Meine Motoraube, Mann! Oh! So! Dein Auto brennt! Ich will mich ja ein bisschen belasten, wenn ich... Was hast du da auf der Windschutzscheibe, Bruder? Hahahaha! Ah! Ah! Du bist exotiert, ich lieg! Was? Ah! Ah! Halt! Oh! Das hast du nur da... Ah! Ah! Oh, ich bin genau da hingeflogen, wo ich hin musste! Nein, ich komm aber nicht hoch! Nein! Meinst du hier rauf? Okay, Bro. Ich stell das Gleichgewicht wieder her, okay? Nein! Wenn du da hoch willst... Hast du hier... Ich hab gesagt, ich stell das Gleichgewicht wieder her! Hallo! So jetzt... Nee, 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 nee! So brauchst du gar nicht erst anfangen! Willst du wohl aufhören? Lauf! Nein! Ich hab ein bisschen nachgeholfen! Ja, ja! Aber komisch, dass das Ding wieder nicht gezündet hat, ne? Ja, weil ich mich nicht bewegt habe! Ah! Okay! Okay! So, vorsichtig! Okay! Ich bin schon mal einmal da unten! Wo bist du? Boah! Ich bin am Checkpoint! Soll ich nochmal zurückfahren? Ja! Trau dich doch! Kannst doch gar nicht! Kannst doch gar nicht hochfahren! Ich sorg für ein bisschen Ablenkung! Mach du mal, ne? Mach du mal, Denno! Also, willst du hier runterfahren? Ich lass dich... Ich lass dich hier runterfahren! Ich weiß ja nicht, was über dir aussieht, aber es sieht mir danach aus! Nein, 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 nein! Deswegen, hau rein! Ich hab dir da mal deinen Wunsch erfüllt! Ich dachte mir, meine Freunde! Schnell! Ah! Nein! Steig aus! Das sagst du? Ah ja! Hallo! Steig doch aus! Also, wenn du hier über die Mauer kletterst, passieren schlimme Dinge! Nein, 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 nein! Schlimme Dinge! Nein! Ah! Ah! Ja! Der Typ hat heute Glück sein Uropa gepachtet! Ne, du klaust mir das Auto jetzt nicht! Tut mir echt leid! Oh! Oh! Okay, dann nutzen wir den Vorsprung, wenn du dir deine Zeit so verschwenden willst, Brok, so! Ich hab da zugelernt! Ich sag's dir ehrlich! Du hast mich traumatisiert! Ich komm noch wieder! Oh, da gibt er wirklich Gummi! Oh! Oh! Aber er schafft es nicht! Ah! Das brauchte ich auch gar nicht schaffen, Bro! So! Das brauchte ich auch gar nicht schaffen! Kurz ein bisschen Vollspeed holen! Ein bisschen Vollspeed! Ey! Oh! Er hat auch den Checkpoint bekommen! Aber ich hab auch nicht geschafft! Das ist schlecht! Wollen wir uns die Reifen kurz sanieren, Bruder? Ja! Ich wollte ein bisschen neue Reifen haben! Nix dabei! Oh! 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 Endlich mal muss man die Augen aufmachen, ne? Oh mein Gott! Jaa... Muss ich nochmal die Augen aufmachen? Weiß ich nicht! Es schadet nicht! Ich war gar nicht mal so schlecht, Digga! Also da muss ich mal wirklich sagen, das war nice! Jaa! Oh! Oh! Das ist soo mies von mir, ne? Das ist soo mies! Oh! Oh!!! Oh, das hat er gut gemacht. Sind wir zu weit geflogen mit zu viel Speed? Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das würde mich natürlich ein bisschen belasten. Ja, wir gucken mal, wie wir das hier noch klären. Ich weiß schon genau, was du meinst. Ja, genau so klären wir das. Genau so. Ich hab den Checkpoint nicht gekriegt. Ein netter Versuch. Aber jetzt hat er den Checkpoint-Downer bekommen. Besser ist das. Besser spät als nie, sag ich mal so. Hey! War wohl ein Treffer. Besser spät als nie, oder? Was war das denn? Besser spät als nie. War das Granaten, oder was? Das war eine Rohrbombe, mein Bestand. Oha. Ich bin Sprengspurfexperten höchstpersönlich. Okay, pass auf. Oh, Leon. Und was ist hier denn, Bruder? Na, was ist denn hier? Nein! Ja, das ist doch das Ziel! Ja! Let's go! Ja! Okay, heute sind wir wieder endlich. Ein Skilrace am Start. Denno! Jawohl! Einmal mal wieder mit diesem komischen Auto. Das sieht so verrückt aus. Und, warum bremst du eigentlich ab jetzt hier? Ja, fahr mal vor. Warum bremst du eigentlich ab jetzt hier? Oh! Oh! Ey! Oh! Oh! Es fängt gut an, oder? Oh, nein! Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Oh, Mann, Leute. Dich hole ich noch, Denno, Alter. Ohne Spaß. Dich hole ich noch. Wir sind hier irgendwie auf einem richtig verrückten Parcours oder so. Oben bist du da richtig heftig. Und da ist der Fett. Oh! Oh, tschüssi. Hau rein. Jetzt lachst du noch, ne? Aber wie man so schön sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das wirst du nachher häufig hören, muss ich sagen. Oh! Oh! Aktuell höre ich nur dich. So! Ja, ich lache noch gar nicht. Oh, Leute. Ekelhaft, wenn der da schon auf der Matte steht. Hoch da jetzt. Jawohl, Checkpoint. Hier, über die Bank rüber. Trau dich! Na gut, komm hoch. Na! Wow! So! Ich hab die Medien zu schwindet gesehen. Außenweg. Nein! Jetzt komm hoch jetzt hier. Nein! Okay. So. Nein! Das gibt's doch nicht, Alter. Ey, das war gerade so. Nein! So, wir können jetzt hier entsch... Alter, was ist das denn? Was ist das denn hier, Mann? So, vorsichtig. Okay, okay. Ey, was ist das für ein Würfel? Der Würfel ist wild. Der Würfel ist aber einfach. Wie kannst du das geschafft haben? Ey, Profi halt. Was, Profi? Och Junge, du hast doch reingelackt, Mann. Safe. Sag mal. Hallo! Ey! Moment mal, stopp! Hallo! Stopp! Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Ey! Alter, wie jetzt hinten ein Loch in der Scheibe haben, Alter! So, Denno. Das wirst du bereuen, dass du das gemacht hast. Na, wo bist du denn, Digga? Ah, da ist er! Oh, hallo! Hallo, Dedo! Nein, nein! Hallo, Dedo! Ach, Mensch! Hallo, Dedo! Dedo! Ey! Ach, komm, können wir nicht noch mal... Jawohl! Moin, danke! Nein! Den hast du doch geholt, oder? Ah, ich wollte schon sagen. Wir sanieren mal deine Reifen, Bro. Geht aufs Haus! Ah! Oh, ich hab dich ahn, ist schon ein Böses. Oh, nein! Ach, komm! Ich kann gar nicht reden. Wir sanieren mal deine Reifen, Bro. Geht aufs Haus! Ey, guck mal hier, ich hab's sogar geschafft. Ich hab's sogar geschafft. Ja, hau rein, Denno. Ey, Alter! Jo! Checkpoint, geil! Na, wo bist du? Denno! Oh, Mann, ey! Irgendwann klappt's doch mal! Wie zur Hölle bist du... Hä? Checkpoint! Und ich würd sagen, runter mit dir, oder? Was denkst du? Hallo! Hey! Nein! Du klaust mir nicht mein Auto! Jawohl! Schönes Ding! Fahren wir ganz entspannt rüber, ne? Mein Bester. Oh, oh! Ey, ja, sehr gut, Denno. Mach's gut, der Zauberwürfel. Ich bin hinter dir und der Zauberwürfel. Ich hab absolut gespiegelt, Alter. So, jetzt hier vorsichtig rüberdüsen. Ne, ne? Ja, ist noch hier rüber. Oh mein Gott, ey, ist schon... Oh mein Gott. Oh! Oh! Checkpoint. Nein! Nein! Das ist ja neu! Ey, ich hänge fest! Ja, schön. Mann! Das ist doch optimal. Optimal! Ja, ja, ja. Was passiert hier mit dem Jeep? Hallo! Ey! Oh ja! Der fährt einfach. Okay, bisschen Kontrolle haben, Leute. Dann geht das alles auch schon. So, jetzt hier in diesen Todeskreisel rein. Ist doch alles cool. Ich will das doch auch gar nicht. Weißt du, wie ich... Was? Ey! Was ist da denn passiert? Ey, was hast du denn gemacht? Du hast irgendwas zum Platzen gebracht. Zeppelin oder so. Bin ich da gerade gegen was gegengefahren und das ist kaputt gegangen? Keine Ahnung, Alter. Anscheinend, ja. So, Denno, komm doch. Da hab ich doch viel bessere Vision jetzt auf meine Karre. Oh ne! Oh ne! Ich muss doch nur darüber. Ich will ja nicht sagen, was war mir hier schon das Ziel. Was? Ja, Denno, hier ist schon das Ziel. Hast du richtig gehört? Wie, was, da ist das Ziel? Ja, da ist das Ziel. Oh nein, nur noch drei Kontrollpunkte. Ah! Nein! Nein, ich Idiot. Er fährt schon. Er fährt schon, weil er es gewinnen will. Oh! So, schnell Gas geben, Leute. Ich muss hier irgendwie an der Wand ordentlich lang fahren. So, pass auf. Wir müssen im richtigen Moment rausspringen. Oh ja! Nein, ich hab's verpasst. Ey! Hallo! Lol! Oh! Nein! War das knapp. War das knapp. Okay, Leute. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen hier strecken hinterlegen. Und da oben ist schon das Ziel. Tendo! 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 Ey! 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 Jawoll! Nein! Da oben ist schon das Ziel. Ja, er auch! Oh mein Gott! Ja! Nein! So schnell Gas geben, Leute. Das darf nicht wahr sein. Danke, mein Bester. Danke, kein Problem. Ey! Lass mich da oben! Nein! Oh mein Gott! Das ist jetzt wieder so ein Geswitte, Alter! So, jetzt aber hier. Entspannt fahren, Freunde. Langsam aber sicher. Oh yeah! Oh yeah! Okay, so. Leute, Vorsicht! Oh! Alter, habt ihr es gehört? Er wollte mich mit der Haftbombe holen. Was ein Asi, Leute. Wahrscheinlich grinst der jetzt gerade. Wahrscheinlich grinst der jetzt gerade. Jetzt werde ich dich dafür... Oh verdammt, ey. Ach, das kann doch nicht sein, dass ich da jetzt schon wieder rüberfalle. Nein, nein, nein. Okay, pass auf. Man muss hier mit Skill langfahren, Freunde. Ist das ein Skill-Race? Okay, ja, 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 ja. Okay, mit ein Skill-Race, Leute. Ist ein Skill-Race, okay? Ein Skill-Race-Checkpoint! Denno! Da kommt der, da ist er! Er fährt runter hier und will mich. So, Denno. Na? Moin! Alles cool? Moin, Meister. Kostet das Zollgebühr oder so? Ja, 5 Euro Paypal-Zollgebühr. So, Denno. Hey! Hey! Jawoll! Nein! Hau rein, Brudi! Nein! Okay, Leute. Wehren sie uns bald wieder. Keine Gnade, Digga. Wir fahren weiter. Leute, wir fahren weiter über die Baumstämme. Ja! Im Ziel angekommen! Lauf, meine Untertanen! Ja! Mal gucken, ob er diesen Deathfront überlebt. Okay, warte mal. Ihr seid schon verweizt. Jo! Junge, auf kein... Alter, Schwede! Kommt, Autos auf euch rauf! Ja! Nein, der Elke, wie fällt runter? Ist das da oben? Dixi-Klo? Ja. Kann ich aber nicht abschießen. Oh, um Gottes Willen! Nein! Oh, moin! Er fällt runter. Ich bin auch runter. Ey, ja! Erste Runde direkt gewonnen. Was für einen Loops. Oh, mein Gott! Du fällt ja fast schon runter. Ich bin fast runtergefallen. Was ist das denn für ein Skate? Ihr seid ja richtige Dullis, Alter. Pass auf. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie man jetzt hier den Deathfront macht. Wie ein Profi. Ja? Wie ein Profi. So. Wollen wir mal sehen, Digga. Achtung, Container. Wir gehen hier ganz entspannt lang. Okay. Nein! So. Das Auto auf jeden Fall schon mal überlebt. So. Schnell. Ich bin schon auf der zweiten Etage. Ich habe nicht mal den Eckeweh runtergeschossen. Auf blauen Dunkeln? Oh, mein Gott. Lauf, 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 lauf. Ja. Was? Okay. Oh, mein Gott. Ja. Ich habe euch hochgenommen, Digga. Ich bin auf der zweiten Etage. Da war ich doch auf der ersten und ihr habt nicht in der Eckeweh geschossen, als ich auf dem Boden lag. Wie schnell ist er denn? Ja. Ich sehe ihn. Er ist in der Ecke. Er ist in der Ecke. Lauf, 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 lauf. Nein, nein, nein. Er ist so schnell. Oh, mein Gott. Die Autos. Okay. Autos. Haut durch die Autos runter. Kein Problem. Ey, was? Oh, nein. Ich muss sogar über diese Teile rüber. Alles entspannt. Da ist er. Da läuft er. Oh, die Rohre. Die bewegen sich. So. Alles easy, Leute. Wir können jetzt hier nochmal hochklettern auch noch. Und jetzt muss ich hier rein. Ah, durch so ein... Ah. So. Na, sehe ich euch. Okay, Kasper, jetzt. Jawohl. Oh, das war knapp. Fällt er runter? Ja, der fällt runter, oder? Hast du, du bist tot? Nee, nee, nee. Ja. Ach so, Kasper, ja. Oh nein, Kasper ist runtergefallen. Ja. Vorsichtig. Ein bisschen Sniper-Munition hier erstmal tanken, bevor ihr Dullis wieder losläuft, ne? Was willst du? Ja. Was willst du? Pass auf. Ich hatte die Sniper, ne? So, dann lauft mal los jetzt hier, Anfänger. Okay. Kasper, schnell rüber. Schnell rüber. Nein. Ja, ja, kein Problem. Oh, okay. Ja, war doch. Okay, okay. Oh, Kasper. Oh, Junge, du bist ja schon drüben, Alter. Wie hat das denn gemacht? Okay, okay, Kasper. Los, kommt. Nein. Was war denn los? Oh. 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 Der LKW. Der LKW. Zieh. Jetzt ist das Auto. Ja. Es war so knapp. Nein. Es war so knapp. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Auf den Tank schießen. Der Tank. Der Tank. Denno, der Tank neben dir. Lauf doch. Pass auf, Denno. Der geht nicht hoch. Oh. Oh. Ja, ich bin. Oh, mein Gott. Ich bin safe. Oh. Nein. Ja, Kasper. So, Denno. Wo bist du denn, hä? Ich bin da, wo du nicht bist. Habe mal einen Nosekop hier. Mal gucken. Oh. Ey. Jawohl. Schon viel weiter, ne? Wie sieht's aus, Brudi? Oh, ich bin schon am Durchziehen. Ja, Digga, das habe ich schon lange vorbei. Nein, oder? Wo bist du denn? Ja, Junge, das sag ich dir nicht. Ich seh dich gar nicht. Ey, du hast mich auch hochgenommen. Auf jeden Fall. Du hast mich hochgenommen, Alter. Lecker. Oh, mein Gott. Jetzt weiß ich, wo du bist. Da bist du doch niemals rübergekommen. Doch. Musste ich. Mal gucken, ob du es schaffst. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Mal gucken, ob du es schaffst. Kommt er dann. Oh, mein Gott. Da ist ja sogar noch was im Weg. Ja, ja. Oh, mein Gott. Ja. Wie knapp war das denn, bitte? Nein. Nein. Lauf doch, Junge. Ja, irgendwas auf alle. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Oh, mein Gott. Ich bin überrollt. Ja, er bin überrollt. Ja. Bitte. Ja. Du schaffst das, Bruder. Was? Du hast es. Ja. Jawohl. Was? Der, du bist mir runtergefallen. Ja. Oh. Hä? Oh, mein Gott. Du bist mir einfach runtergefallen, Digga. Der, du sitzt nicht hier gerade. Ah. Oh. Nein, nein, nein. Tja, Denno. Das war auf jeden Fall schade am Ende. Der Panzer hat dir wahrscheinlich ganz schön gut getan, muss ich sagen. Aber hier. Ich schaff's jetzt hier ganz entspannt nochmal rüber. Zu früh. Okay, sehr gut. Wir sind zu früh. Sehr gut, Digga. Ich dachte, er wäre schon da. Tja. Ja, perfekt. Okay, das war's. Nein. Erstag. Hä? Digga, der LKW. Wie soll ich denn jetzt da vorbeikommen? Ey, ich helf dir mal, okay? Okay, ich auch. Bleib locker, Digga. Ah, ja, okay. Ey. So, okay. Ja, wenn das da so'n Weg steht, ne? Okay, ich kann hier auf jeden Fall noch rüberklettern. Alles. Kein Problem, Leute. So, okay. Abwarten, bis das Ding hier explodiert ist. Pfff. Na, geh doch mal durch da. Das mal los! Ah, ich brenne! Ich brenne, nein, ich brenne! Ich brenne! Lauf doch mal! Oh, jetzt kommen die ganzen Autos! Ey, das war ja grad so heftig, Leute! Du weißt, was passiert, wenn er den Panzer kriegt, ne? So, jetzt hier vorsichtig rüber. Ganz vorsichtig, Leute. Wo ist er denn? Wo ist er denn? So! Ha, 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 ha! Ja! Ja, ha, ha! Da, wo ist er? Ja! Er hat den Panzer! Er hat den Panzer! Was? Nein, nein, er hat den Panzer noch nicht. Hat er noch nicht. Er läuft vorbei! Schieß auf das Auto! Just! Ja, da! Tja, Leon, das ist blöd gelaufen mit dem Windrad, wa? Das ist blöd gelaufen! Vielleicht... Du hast selber schuld. Willst du nicht mal vom Panzerfleck runterfallen oder so? Wird auch nicht schlecht. So, komm. Kaspar, ich bin dafür, Mann. Ich zieh's jetzt mal durch, Digga, und zeig's mal, wie es geht. Nein, okay, ich fake, ich fake, ich fake! Ey, nein! Okay, 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 okay. Nein! Ich hab zu früh geschossen. Ich hab zu früh geschossen. So, wo ist Deno überhaupt? Ah, da ist Kaspar. Okay. Jetzt aber! Ja! Nein! Und da kommt Deno. Okay, Kaspar, ich mach mich mal auf den Weg, ne? So. Du musst ihn ablenken, Deno. Ja, dann komm, los, komm, Jungs. Kommt. Leon, hier bin ich. Hallo! Ja, ich... Das Auto brennt! Oh mein Gott, ich bin tot. Oh nein. Ja, komm, jetzt aber... Jetzt aber hier. Ja, Kaspar! Kaspar, Kaspar! Ja! Ey, beide sind gestorben. Es sind so die Dolis, Leute. Ich sag's euch. So, ihr Kack-Nubs. Pass mal auf. Agent 00 Brox geht jetzt hier in Stellung. Oh, und gleich ein LKW noch hinterher. Ja, perfekt. Kein Problem, Digga. Kein Problem, muss ich sagen. Lauf doch. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, ich bin da aufs Maul geflogen. Okay. Oh mein Gott. Oh, nein, aua. Nein, bitte nicht. Steh auf. Steh auf. Ja. Ja, 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 ja. Hä? Du fliegst ja die ganze Zeit runter, was? Auf die Tank, Stendo, auf die Tank. Nein. Nein. Ja, krass. Aua. Das kann er nicht geschafft haben. Ist hier irgendwas. Über mir, warum ist hier der Schatten? Okay, wir müssen die ganze Autotour haben, ja? Oh Gott, er kriegt direkt alles. Ey, die Rohre sind noch da. Alles entspannt, die Rohre sind noch da. So, alles entspannt, Freunde. Jetzt zieh durch, jetzt zieh durch. Ja, ich zeige euch mal, wie man hier einen richtigen Deathrun macht. So, okay. Oh, oh, hallo, Auto. Nein, wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Ich werde mir die geheime Falle übernehmen. Schon wieder das Ding hier. Ich glaube, das wird richtig schwer. Oh, 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 oh. Okay, so, alles easy. Und los. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, die ganzen Rohre. Die ganzen Rohre. Die ballern richtig. Das ist noch ein Ölfass. Ey, Digga, die Rohre, wie die weggehauen werden. So, ich muss jetzt nur noch. Oh, er ist schon vorbei. Er ist schon vorbeigelaufen. Ich muss jetzt nur noch an diesem doofen Rind. Es geht nur noch den Gabelstapler. Es geht nur noch Gabelstapler. Es geht nur noch Gabelstapler. Ja, Windrad. Windrad, jetzt. Nein, 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 nein. Er kriegt alles. Nein, au, au, au. Ja, das Windrad. Das Windrad hat mich. Das Windrad hat mich. Okay, Leute, jetzt muss ich nur noch das über den letzten Parcours rüber. Oh, Motorrad, okay, Motorrad. Und da ist ein Panzer, Leute. Jetzt. Hä? Feuer. Leute, ihr seid ja blöd. Nein. Aha. Er ist nicht gefahren. So, jetzt aber. Ja. Okay. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich habe den Raketen. Oh. Oha. Kann ich einsteigen? Mit dem Panzer, Junge. Kann ich einsteigen? Mit dem Panzer. Der, du geh in Deckung, bitte. Das Motorradstreck, Demi. Der, du geh in Deckung, bitte. Na, wo seid ihr? Ich schon wieder, ich habe einen. Nein, 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 nein. Nein, mein Panzer. Mein Panzer fällt runter. Mein Panzer fällt runter. Ja. Ja. Mein Panzer fällt runter. Nein. Jawohl. Oh mein Gott, das kann er nicht über. Hau rein, Bruder. Er will immer noch auf uns schießen. Es geht wieder los. Es geht in der Racebox. Oh. Oh, Alter, was ist das? Was ist denn hier für ein Starter? Wir müssen durchs Loch durch. Oh, let's go. Ah, okay, so ein Ding wird das nicht hier. Was machst du da? Hau rein. Mach's gut. Sei froh, mein Bester. Sei froh. Ich hatte schon was Geiles für dich vorbereitet. Wow. 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 Alter Schwede. Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay. Ja, ich höre. Ey, jetzt darf ich da nochmal runterfahren. Bro, das gibt dir nochmal einen dicken Wallride. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich fahr jetzt nochmal runter, weil du mich da runtergehauen hast. Ach, da war doch ein Checkpoint. Nein. Jetzt krieg ich den Checkpoint. So. Was? Du hast den Checkpoint nicht gekriegt da vorne? Nee, du hast mich ja vorher runtergehauen. Das find ich irgendwie witzig. Und Tor. Ja, ich finde auch, dass ich ein paar Sachen witzig. So wie das. Nein. Ach, komm ey. So wie das, wie er runterfällt. Nee, ich finde das auch witzig. Das find ich sehr, sehr witzig, der. Na, fahr mal. Ja, ist okay. Mach alles kaputt. Ja, kein Problem. Dank mir. Also wirklich kein Problem. Ja, mit den Platten wär das auch nix hier, ne? Ja, ich weiß. Okay, okay, okay. Die Runden gehen auf jeden Fall wieder intensiv los. Ich merke das schon, ne? Ich hab da nochmal ein bisschen was im Weg gelegt. Ich glaub, dir gefällt das Ganze. Nö. Hä? Ja, willst du nicht sehen. Ja, moin. Hä? Hey! Was ist da denn passiert? Wie bin ich da denn jetzt hochgekommen? Hä? Oh, ist dein Auto nochmal neu da? Ich musste mein Auto nochmal neu laden, ja. Ich weiß noch nicht warum. Was hast du mir da jetzt eigentlich Schönes im Weg gelegt, so? Das? Nein! Perfekt. Ey, jetzt darf ich das nochmal hochfahren. Ach, Roxo. Jetzt sind die Dinger aber mir im Weg. Das ist ja ärgerlich. Ich hab dir da auch was im Weg gelegt, Digga. Ach, nein. Nein. Ich hab dir da was Schönes in den Weg gelegt. Ich seh's, ich kann's noch nicht abschließen. Wie du siehst es. Schlecht. Oh, das hat er gut gemacht, ja. Digga, die Womme, die war nicht schlecht, muss ich schon sagen. Oh, Mann! Nicht schlecht. Womm ist auch ein Klavier auf dem Boden. Das ist ein Klavier. Du sollst die traurigste Violine, äh, das traurigste Klavier-Dingens der Welt spielen. Ja, ja, genau. Die Rohre sind im Weg. Meine Uzi ist im Weg. Nicht schlecht. Gut kontrolliert. Also, wirklich. Nicht gemeistert. Okay, heute sind wir anscheinend richtig oft schwol unterwegs, Sennu. Ich merk das schon, ja. Ja, ja. Das Ding ist halt, du, die, also, die letzten beiden Rennen, ne, die, die waren eklig für mich. Ich merk das schon. Ja, ja. Mach, er macht hier schön grad den Weg frei. Ich seh das doch. Oh mein Gott! Wow. Was, bist du da rüber gesprungen? Als ob. Wollte ich schon sagen. Im Grunde schon. Im Grunde. Ich musste nicht nur anders positionieren. Hui! Als ob. Hau rein! Wie? Hau rein! Dankeschön! Ja, kein Problem. Also, nee, 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 nee. Wir müssen ja auch nicht alles mit Waffen regeln, oder? Bissen wir das doch? Ihhihi. So, dann fangen wir mal runter hier. Nein, er will's mir absolut schwer machen. Was hast du da hingelegt? Ah, ja. Ah, ha. Ah, ich kann mal nicht mal hoch. So. Ah, ich kann auch nicht mal hoch. Okay, kein Problem. Ich schnapp mir die Checkpoint, als wäre das irgendwie Reis oder so. Zack. Aha. So. Ich ziehe jetzt erstmal zu dir und dann müssen wir mal kurz unter uns was klären. Jetzt machen wir mal kurz was klären dann. Ah, wie er aussteigt. Wie er ausgestiegen ist. Er wartet doch schon wieder. Oh, dankeschön, mein Bester. Nein. Was? Als ob. Ist nicht dein Ernst, ne? Ist nicht dein Ernst. Aus dem Weg. Jo, perfekt. Danke, mein Bester. Nein. Also, regeln wir das doch mal auf die altmodische Art und Weise. Hä? Ich komme nicht mehr weg. Das ist ja echt schade. Ich glaube, du schaffst das schon, oder? Denkst du, ich habe den nicht gehört, oder was? Ich glaube, du hast ihn sogar auch gesehen. Ey. Jawoll. Schönes Ding. Ey, nein. Flash. Ich habe das Ding hier vorne. Oh nein. Och nö. Warum habe ich immer einen Platten, ey? In den ungünstigsten Momenten. Gut, das ist ja schon von alleine Regeln. Das finde ich sehr, sehr gut, Denno. Oh. Hast du einfach gerade auf mich geschossen? Das gefällt mir aber gar nicht. Dann stellen wir uns aber hier mit einem Minigun hin. Immer diese Ecken. Guck dir das an. Guck dir das einfach an. Ich hasse diese Wege. Warum sind die immer hier? So, ich stehe jetzt hier mit meiner Minigun und warte auf dich. Ich will da nicht reinfahren. Ja, Juvier würde ich lieber Gas geben, bevor das Auto explodiert. Juvier, ich wurde so geschreddet, Alter. Ja, du machst was anderes, oder? Och nö. Mann. Ich sage dir ehrlich, ey. Das bockt ja wieder null. Oh nö. Oh. Oh, Bro. Was ein Ehrenmove von mir. Trieb Gummi. Bitte hör jetzt auf. Was machst du denn? Och, Digga. Ey. Oh mein Gott. Was machst du denn? Ey, das glaube ich ja nicht. Oh, Mann. Ey. Du Dreckschwein wolltest mich so basteln, aber ich hab endlich mal den Brock so gemacht. Oh, Mann, ey. Ja, was geht denn hier so? Digga, ich hab dir ja sogar geholfen, ne? Und dann fährst du schon den Granatwerfer, Digga? Ey, was? Du machst das zweimal? Du willst nochmal kurz ins Verhältnis setzen, aber die zweimal, die hast du dir eben auch geleistet, mein Bester. Ja, ja. Direkt so hintereinander. War nicht schön. Ja. Minigun, Digga. Und Atomisierer. Kannst dich noch dran entsinnen. Du bist ja auch einfach runtergefallen. Ey, Mann, der fährt ja nicht. Das ist auch noch. Ey, kann er da nicht auch nicht hochfahren. Jetzt wird hier erstmal ganz kurz entspannt, aber mal ganz aufchillig. Musst du nur deinen Wagen rammen? Einfach fürs Feeling. Du weißt, wie es läuft. Aha. Komm mal. Hast du das jetzt hier? Okay, okay, okay. Nein. Ja, ja. Hast du schon Angst? Ich zieh so durch. Ich zieh so durch. Boah, ich glaube, ich renne. Nein. Ich habe mich retten können. Oh, Mann. Oh, schade. Das ist natürlich jetzt echt richtig bitter von dir, ne? Oh, da hinten fliegt er. Sei mal froh, dass ich keine Minen mehr habe. Alter, wie ich mich gerettet habe. Binnengas. Und irgendwo ist eine Granate. War ein Witz. War ein Blö... War ein Blöpf. Oh, Gott. Ja, nein. Nee. Guck mal, pass mal auf. Ich fahre jetzt einfach. Hier ist nichts los. Ja, hier ist ja auch nichts los. Ich weiß gar nicht, was man meins. Guck mal hier, ich fahre jetzt ein bisschen. Ne-oh. Wuhu. Boah, ey. Wo ist der eigentlich schon ganz? Wow. Das Abonation-Shield trollt mich. Ja, hier muss man auch so geradeaus durch eins fahren. Geradeaus. Ah ja. Was ist das denn hier? Da bin ich auch durchgedüst. Wetterfels. Wetterfels. Ja, Malu. Ja, komm. Wir sehen schon, wer hier durchzieht. Oh Gott. Genau. Ja. Ganz locker. Oha. Ich weiß nicht, was da jetzt geht, aber es hat sich cool angefühlt. Puh. Ja, okay. Ey. Boah, er zieht schon gut durch. Aha. Ey, das ist doch ein Witz. So ein Witz mit dieser Landung hier. Ja, ich habe es schon raus. Und zwar hat mir der Tod dabei geholfen. Was machst du denn da gerade? Nein. Das machst du jetzt nicht. Das machst du jetzt nicht. Oh mein Gott. Ja, ist okay. Ist okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Da hat er auf jeden Fall gut gemacht. Ganz wichtig. Ganz wichtig, Denno. Das war ein sehr wichtiger Moment für mich. Aber das Problem ist, dass du immer hinter mir hockst. Und das ist so richtig ekelhaft. Und was machst du da jetzt? Okay. Du willst nur, meine Reifen sind schon saniert, Bro. Na mach. Alle. Ey. So, mit sanierten Reifen ziehe ich das Ding jetzt hier einfach so durch. Danke, Bro. Kein Problem. Viel Spaß. Oh Gott. Ich bin so Rap. Ich kann einfach nichts mehr machen. Mein Auto ist so im Ass. Okay, hau rein. Mach's gut. Was? Hä? Hat der Baum dich gerade genommen? Hä? Als ob. Aber voll. Was ist denn hier? Warum auch immer hat der Baum mich so genommen. Das ist ja wohl das Ziel. Da hat er's verkackt. Yo, was haben wir denn mit uns hier für Autos gezogen, Denno? Was ist denn hier los, Alter? Digga, die Karren sind ja schon wieder absolut Megakrise, Mann. Was ist das denn für ein Ding? Also hast du dir irgendwie so ein Auto aus Polen noch irgendwie geholt? Und hau rein, Digga. Autos aus Polen, Alter. Absolut weggezogen. Ich hab mir hier bloody mir den Russen einfach so ein Auto geklaut. Oh. Okay. Kommst du? Der hat so das Gefühl. Ja. Digga, wie schlecht. Das Ding ist, warum hab ich eigentlich keine aufgetan? Warum hab ich hier so einen gelben Anzug an? So einen Schneeanzug, weil es schneit, ne? Oha. Ja, das könnte tatsächlich sein, Digga. Es ist ja auch saukalt dann. Ja, ja. Saukalt, Digga. Ja, was machst du da? Saukalt, Digga. Saukalt, Digga. Leute, es wird einfach, guck mal, eben easy gemacht, Alter. Ohne Probleme. Oh. Oh, das ist in die richtige Richtung für mich gelenkt. Ehrenhaft, Denno. Ehrenhaft. Und nächster Checkpoint, Digga. Das war eine Karte wieder im Weg, ne? Mann, ich bin mal so in der Hälfte mal, okay? Junge. Hey, Denno. Soll ich nochmal zurückfahren? Jedes Mal, in jeder Folge machst du das. Warum? Warum denn eigentlich? Weil ich es gerade zurückfahren, Digga. Oh, es geht. Oh, Denno ist jetzt auch schon wieder da. Jo, alles klar, Digga. Oh, Junge, da hab ich auch ein bisschen zu wild agiert. Tja, mach's gut. Ich war jetzt hier entspannt weiter. So, vorsichtig. Nein. Ist schon wieder so ein Ding. Vollgas. Ja. Okay, mal gucken, ob du das siehst. Ey. Nein. Nein, nein, nein. Boah, bitte. Nein. Hau rein. Auf ihn rauf. Nein, 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 nein. Ey, war doch nur Spaß. War doch echt nur Spaß. Ja, 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 ja. Was machst du denn da? Ich weiß auch nicht. Was machst du denn da? Okay, jetzt geh ich aber auch ins Auto. Nein, 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 mein Bester. Nein, nein, nein. Jo. Oh, was? Oha, da wartet der Mega-Stunt auf uns, Digga. Das ist ja geil. Nein, oder? Okay, ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Hau rein, Digga. Gut gespannt auf jeden Fall. Du bist so das Allerletzte, Digga. Oh, jawohl. Oh nein, der hat's geschafft, Leute. Der hat's geschafft. Okay, ich schaff's auch. Pass auf. Zack. Ja. Und nächster Sprung. Nein. 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 Der geht auch weg. Schnell hinterher, Leute. Okay. Schnell abhau, Digga. Außen rein. Nope. So, Digga. Jetzt wird's wild. So, Freunde. Der Sprung. Easy going. Das könnte sehr, sehr eng werden jetzt. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Okay. Der ist gut, Leute. Das müssen wir noch hier hoch irgendwie. Das ist gar nicht gut, Digga. Ja, und Sprung. Ja. Ja, und Checkpoint. Oh. Checkpoint, Leute. Oh yeah. Das kann ja wieder was werden. Oh yeah. Da ist böses im Busch. Da kommt der Angeflogen. Oha. Oha. Nein. Oh, Digga. Ja. Nein. Yes. Wir sind oben, Leute. Wir nutzen schnell den Vorteil. Und tschüss, Digga. Aus rein, Digga. Mach's gut. Ey. Nein. Nein, nein. Nein. Ey. Nein. Nein. Denno, mach nicht den. Mach nicht Sparta. Okay. Bitte hilf mir nur. Sag mal, was machst du denn da oben? Komm, ich helf dir. Oh nein. Tschüssi. Was machst du denn? Ich will nix hören. Was war das denn, Alter? Nein. Oh mein Gott. Das hat echt sogar noch was genützt. Danke. Und tschüss. Aus rein. Er muss ja in einem Lauf machen, ne? Ja. Ah. Nein. So weit, so gut. Leute, so weit, so gut. Den Sprung nehmen wir auch noch mit. Den Sprung auch noch mit. Stopp. Oh mein Gott. Bin ich hoch. Digga, was hast du gerade für einen Run gehabt, dass du da oben bist? Und jetzt der letzte Sprung. Nee, doch nicht der letzte. Alter, es geht hier bitte schon ab. Als ob das so weit geht. Ja. Wow. Wow. Alter, ich war voll im Durchlauf gerade. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja, Digga. Nein, ich darf den nicht anhalten. Der fliegt einfach rüber. Ich war ein bisschen zu übermotiviert. Ja. Ich sag's ehrlich. Ja. 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 Danke, lieber Gott. Geil. Nein, bitte nach nicht diesen. Nein. Nein. Ich wollte ihn aufhalten, Leute. Ey. Oh. Das war so knapp. Oh mein Gott. Aus dem Weg. Wie das weggefeuert hat. Ja, ich bin so weggesprengt worden. Wo muss man denn hier lang? Ich weiß nicht, wo man hier lang muss. Also auf jeden Fall sollten wir... Nicht da lang. Haha, Digga. So, Leute. Schnell. Schnell hier runter. Nein. Wir sind gut dabei. Leute, wir sind... Eher nicht so. Checkpoint. Yeah. Oh, yeah. Oh, Dano. Alter, wie weit geht's da denn noch lang? Dano. Guck mal, Leute. Ich spiele... Warum spiele ich mit so einem wahnsinnigen Zusammen überhaupt? Ja? Ich weiß es nicht. So. Vorletzter Sprung, Dano. Vorletzter Sprung. Vorletzter Sprung, Digga. Vorletzter Sprung. Vorletzter Sprung. Vorletzter Sprung. Er gönnt es mir nicht. Haha, Digga. Du bist ja nicht wegen Meilenverdienste drunter gefallen. Zäh, schießt halt mein Auto. Kein Problem. Kann ich mit rum. Damit verschaffen wir uns etwas Zeit. Oh, oh. Du wirst es doch auch mal fühlen, oder? Hau ab. Du wirst es doch auch mal fühlen, wie es sich anfühlt. Hau ab. Steigt mal aus da, Digga. Das... Ja. Und der läuft. Und der läuft. Nein. Ja, du, der ist fair, ne? Letztes Mal habe ich ja auch wieder ein bisschen... Okay. Oh, da ist das schon das Ziel. Hm. Fahr ich jetzt einfach ein wie so ein Gully? Oder was mache ich am besten? Hm. Ich habe vorhin gewartet und... Oh, Mann. Und dann hat er den Wallride-Jump probiert, Leute. Ich habe nie gedacht, das wäre jetzt nichts. Tello! Ey, Digga. Ich habe dich nur noch gehört. Ey, wenn hier jetzt was schief geht... Oh, er ist direkt hier, Leute. Wir müssen jetzt Gas geben. Huh. Und Gas geben. Er ist direkt hinter mir, Leute. Er ist direkt hinter mir. Wow. Hey. Was geht hier ab? Ja, und Ziel, Digga. Ziel. Die, die, die. Jo, ho, 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 ho. Was geht ab? Hey, Moment mal. Was ist das denn, Digga? Was macht der denn? Ey, ich wollte gerade sagen, was geht ab beim Skillrace, aber... Kollege, brauchst ein bisschen Skill? Ich habe eine Granate runtergebroft. Tut mir leid, Mann. Oh, lol. Das ist aufgesprengt? Ah, nee. Er ist kaputt. Okay. Ja, haha, Dedo. Das hat sich erledigt. Also, Skillrace endlich mal wieder. Ach, Digga. Och, nein. Och, nein. Was willst du, Digga? Och, Mann, oh. Was willst du denn? Oh, ey. Jetzt gibt's Stress, Junge. Jetzt gibt's Stress. Oh, oh, oh. Ja, oh, na. Nein, ich komme auch. Nein, ich fahre durch die Lücke. Ich habe mich durch den Schlitz gehauen. Ja, mich auch. Och, nein. Oh. Okay, nicht schlecht. Okay. Aber, oh, oh. Okay, genau. Let's go, Digga. Wuh. Eigentor, Dedo. Eigentor. Eigentor. Und jetzt? Hä? Nein. Ey. Was meinst du? Nein. Ja, bitte. Nein. Oh. Hallo. Oh. Oh, er hat sich weggehauen. So, Digga. Also, steigst du ein? Hallo, steigst du jetzt mal? Hast recht, ich steig ein. Nein, ich habe... Falscher... Egal. Falscher Knopf. Okay, was war das denn gerade? Toll. Hier muss man mit Geschwindigkeit fahren. Also, darauf achten. Ey, kannst du nicht was sagen? Ja, habe ich doch jetzt. Kannst du nicht einmal kurz was sagen? Habe ich doch jetzt. Oh, ja. Okay. Sag mal. Oh, mein Gott. Oh, nö, ne? Einfach Eigentor. Oh, Gott. Ich habe dich fast in die Luft gesprengt. Hey. Hey. Du hörst mich jetzt nicht. Nein. Och, Mann. Also, den hast du mir vorserviert, muss ich eigentlich mal so sagen. Ja, wie das stimmt. Da hast du mich zu hingen gerammt. So. Hier, ich habe noch ein paar Bolikugeln runter, wenn du willst. Achtung, kommt eine. Wäre das jetzt ein Bassrun oder was? Das hat er nicht gemacht. Das war noch die Mine von eben. Wie konnte das denn? Wie konnte das denn? Wie konnte das denn? Ey, das war noch die Mine von eben. Ich fahre noch mal ganz kurz runter. Fahr nicht wieder zurück. Warte mal, habe ich mir schon einen Checkpoint geholt? Glaub nicht. Ich habe lieber ganz kurz einen Checkpoint. Oh, danke. Nein. So. Jetzt können wir wieder ein bisschen Spaß haben. Oh, RPG. Achtung, der, du lauf weg. Aber wenn er jetzt aussteigt, ne? Das wird eh gelo... Es geht wieder los. Es geht wieder los. Schnell, gib Gummi. Nein. Ich habe zu viel Gummi gegeben. Nein, ich habe zu viel Gummi gegeben. Du hast recht. Oh, Mann. Okay, wir machen Frieden. Frieden, Bruder. Ich habe dich nicht runtergeschossen. Okay, Frieden jetzt. Frieden. Oh, Mann. Frieden. Oh, Mann. Oh, Mann. So, jetzt ist natürlich die Frage aller... Oh. Ja, gut, dass du... So, Danno. Dann komm doch mal runter. Oh, nein. Komm, ey. Ich habe das gar nicht vermisst. Ich sage, wie es ist. Okay, vielleicht ein bisschen. Nein. Das war aber jetzt... Aber mal... Okay, tschüss. 5 Euro Paypal, bitte. Okay, ich fahre ran. Also, ich fahre dich nicht um. Versprochen. Okay. Auch unheilig. 5 Euro Paypal also. Ja. Ja, die Situation ist jetzt natürlich angespannt. Sag ich mal so. Wie lösen wir das Ganze jetzt? 5 Euro Paypal. Du schießt hier drauf, Digga. Du schießt hier drauf. Das ist fair. Habe ich. Wow. Der Ballon. Okay. Oh. Das ist ganz schön doof gelaufen jetzt, ne? Huch. Oh, ja. Es ist ganz schön doof gelaufen. Ich hätte dich da rausholen müssen, aber ja. Willst du, dass mal dein Auto brennt? Gar kein Bock. Einfach kein Bock. Digga, dann musst du ja auch mal ein Machtwort sprechen jetzt an der Stelle, ne? Okay. Wenn du das sagst. Oh, Mann. Ich kriege Karma rein. Oh, oh. Ey. Nein. Broxo, bitte. Tu es nicht. Oh. Hey. Hey. Das war clean, Junge. Das musst du zugeben. Dann fahr auf deinen Felgen weiter. Wie auf Schlittschuhe. Ja, aber wir fahren beim kaputten Auto. So. Schockt aber auch einfach nicht, ne? Tränen. Boah. Nein. Nein. Ich habe da nicht hingeguckt. Du hörst jetzt mal auf damit. Okay. Tränen. 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 Okay. Du hast Platten. Ich jetzt auch erstmal. Digga. Broxo, nein. Ahnst du das, was ich ahne? Ahnst du das, was ich auch ahne? Ja. Nein. Ich glaube, ich ahne das, was du ahnst. Ja. Ja. Ich habe mich auch gerade gewundert. Was ist da denn los? Okay. Das wirst du eigentlich nicht. Das klingt, das klingt man so. Hä? Ja. Nein. Und ich bin auch weg. Ey. Unglaublich. Er haut mich einfach runter. Und jetzt stehen wir noch unsere Autos vor dem Weg. Die muss ich mal ganz kurz beiseite schaffen. Und dich auch nochmal ganz kurz beiseite schaffen. Okay, du musst doch schon ein paar Stunden. Sind die Autos jetzt da immer noch im Weg? Erschwerte Bedingungen haben wir jetzt hier. So. Ja. Jawohl. Ha, ha, ha. Ey. Das kann nicht sein, ne? Das kann nicht sein. Ja. Oh. Es brennt ja alles. Hier brennt alles. Boah, ich hab keinen Plan, wie ich da jetzt am besten hoch fahre. Langsam und mit Gefühl. Oh. Er sagt mit Gefühl, ne? Da. Okay, Leute. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Steht der schon wieder. Wow. Ey. Nein. Ja. Das ist hier echt ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Das wird ein bisschen schwierig. Ah. Ich glaube, ich habe einen guten Trick entdeckt. Ich glaube, es wird entspannt. Äh. 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 Er hat den Checkpoint bekommen, oder? Es war so klar. Was willst du denn, Liga? Ja. Aus dem Weg. Haha. Oh Gott. Oh mein Gott. Er rappt mich. Alter. Aha. Deine Tricks kenne ich doch. Ja. Weißt du. Bitte, es war sehr lange. Es ist nicht immer so einfach mit dir, ne? Es war ein langer Weg. Sag mal. Ich hätte dich durchgelassen. Ja. Du warst schon auf Abschuss, ja? Also, du sollst ein bisschen mit Platten arbeiten, ne? Oh nee, Liga. Bei mir brauchst du gar nicht erst ab. Haha. Voll ging. Voll ging Schild. Voll ging Schild. Na komm. Ich helfe dir auch nochmal schnell. Gut. Also, Platten ist da. Ja. Kein Problem. Danke. Kriege ich sie jetzt hin. Ich komme direkt hoch und wir gucken uns das mal an. Aua. Hört ein Problem, Digga? Mach ich gerne. Fahr mal ein Stückchen. Okay. Ah. Ganz. Jawohl. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Oh. Checkpoint. Und jetzt habe ich die längere Hand. Jawohl. Die längere Hand. Ach nö. So. Was habe ich denn noch so in meinem Dingens? Oh. Was ist denn das? Eine Muskete? Was machen wir denn damit? Was ist eine Muskete? Was macht man denn? Sag mal. Eine Nachladung hier. Ey, lass das mal. Digga. Alter. Oh. Nicht sein. Mit dem letzten Sniper-Schuss. Du bist durchgefahren. Oh nein. Nein. Ey. Okay. Ich werde jetzt hier so ein bisschen abgeräumt. Ah. Hau rein. Na gut. Oh. Ich nehme erst mal den Windschatten mit. Und jetzt versuche ich wahrscheinlich auszuspielen. Ja. Ich habe nicht so ganz. Digga. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht mich ausspielen. Nicht schießen jetzt. Das ist unfair jetzt. Ah, june. Ah. 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 Du schaffst das gar nicht. Nein, er schaffst es doch. Ah. Nein. Nein. Cheesy, cheesy, cheesy. Oh Gott. Er ist schon wieder dran. Er ist schon wieder dran. Och manno. Ich lerne noch nicht dazu. Letter Versuch. Und jetzt habe ich genügend Pace. Okay, Leute. Das ist Ziel. Das ist Ziel. Ja, da haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Denn wir schauen immer bitte schon unsere Autos an, Alter. Uff, Digga. Dankeschön. Auch drei, Digga. Perfekt auf jeden Fall gemacht. Oh, Leute. Falls ihr die anderen Skillfolgen bei uns nicht gesehen habt, checkt die unbedingt aus. Da haben wir ein Dreirad alles mögliche gemacht, Leute. Aber hier haben wir erstmal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und haben uns beide mal ein tolles Auto gekauft. Wie fühltest du das? Safe, Digga. Ja, ja. Also das Auto. Oh nein, gefällt mir nicht gut. Ja, boah, wollte ich gerade schon sagen, Digga. So, pass auf. Also hier sind so die Billo-Rampen eigentlich am Start. Die sind so, ey, stopp. Stopp. Nein. Oh nein, schade. Ach, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Ey, warum hängen wir eigentlich immer am Anfang so lange fest? Nein. Ich weiß es auch nicht. Keule. Obwohl, warte. Pass auf, ich mache es so. Du hast Anschwung? Ne, 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 ne. Alles entspannt. Oh, ich bin auch gleich da beim Checkpoint, Digga. Ja. Oh, Checkpoint. Oh nein. Oh, Denno. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Spaß mit dem Jungen. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Spaß mit dem Jungen. Ey, du kannst da oben mal ruhig bleiben. Was soll denn das? Alle. Da fängt das schon gleich so an, ne? Oh nein. Hm, was können wir hier am besten irgendwo hinwerfen? Zack. Hinwerfen? Zack. Zack. Die liegt. Was hast du? Die liegt doch. Die liegt gut. Wie, was liegt der jetzt gut? Oh. Na, kann er sich noch retten? Kann er sich noch retten? Ich glaube nicht, Digga. Hier musst du mit ein bisschen, auf jeden Fall mit ein bisschen. Komm schon. Ach Mann. Kannst du da mal leicht justieren? Ganz leicht. Ganz leicht? Ja gut, okay. Ja, guck mal. Hat er noch was gut gehabt? Stark, Denno. Ganz stark. Und wieder hoch. Nein. Da liegt die Mine. Du hast es ja nicht mehr darüber geschafft. Ich glaub's ja nicht. Nee, ich hab's nicht gesehen und hatte direkt keinen Bock mehr, Alter. Nee, gar nicht. Oh, ich würde mich beeilen, dein ganzes Boot fängt anzubrennen, Denno. Ja, okay, pass auf, jetzt. Ich sag, first try, Digga, wenn nichts passiert. Wenn jetzt nicht die Variable Brox kommt. Was ist denn das hier, Mar... Pass auf, Denno. So hoch da jetzt. Pass auf, Speed. Ich mach einfach auf, Pass jetzt. Ich glaub, was zur Rückfahrt... Ich leg dir jetzt hier mal eine ganz kleine Überraschung hin, ne? Damit du auch ein bisschen Druck hast. Oh, es kam noch. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, Leute. Digga, und komischerweise ist das jetzt auch wieder so... Oh mein Gott. Nein, ich war durchsichtig. Nein. Nein, er hat ein Checkpoint. Okay, er hat ein Checkpoint, wo heute weiter geht's. Aber ey, das war ja immer gerade richtig Glück gehabt, ne? Ja, okay. Zehn Minuten für einen Checkpoint, Denno. Alles klar? So wird es jetzt also auf jeden Fall die ganze Zeit weitergehen, oder was? Nein! Na, was denn? Na, was denn? Und schießt, mein Freund. Nein, ich hab überlebt. Die Leine. Perfekt, Digga. Nein. Das ist natürlich optimal. Das ist das... Oh mein Gott. Oh nein, Digga. Nein. So, easy going, Leute. Wir gehen hier auf jeden Fall... Oh, mit Schwung jetzt auch rüber. Ja, und ey, hier ist... Ey! Hier ist immer noch kein Checkpoint. Das ist gut. Das ist kein lustig. Dann hast du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Druck. Ja, nö. Dann fahr ich jetzt auf jeden Fall entspannt hoch. Um in den Checkpoint, Digga. Und dann warte ich mal, bis du runterkommst, Digga. Und Checkpoint, Freunde. Jetzt wird's lustig. Digga, ich bin ganz am Anfang. Och Mann. Ich seh dich auf der Karte. Das weißt du schon, ne? Nee, Digga. Nope. Hä? Ich hab doch geschossen. Ah! Oh! Ich war runter. Ganz knapp, Erkiste. Ich bin gestorben. Nein. Komm, wir haben hier. Ah, wir haben hier runter. Der ist runtergefallen. Nee. Wirst du denn? Bah! Er ist runtergefallen. Wo ist denn der? Ich seh ihn gar nicht. Dauernd liegt er. Leute, dauernd liegt er. Das ist der Checkpoint? Ja. Ist nicht schwer. So. Jetzt musst du nur beim Auto vorbei, Digga. So aufs Reihen, Digga. Oh nein, du Assi. Aufs Reihen, Digga. Nein. Oh was. Ich würde sagen, das war's dann wieder, oder? Oh yes. Hast du das Ding gesehen an dem Auto? Jetzt schon. Rache kill. Oh, nicht schlecht. Uh. Gut gespielt. Oh, was? Nein. Ich wurde voll weggehauen. Aufs Nichts. Digga, wo ist denn das Teil? Junge. Ich wusste es auch nicht. Das ist ja richtig so eine optische Täuschung, Mann. Ja, ja. Das ist echt eine optische Täuschung. Das ist nämlich hier vorne. Das ist echt so, ne? Jetzt. Uh, okay. Vorbeigeschafft, Leute. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch... Oh, hier ist noch ein Ding. Jetzt schnell. Nein. Das ist auch wieder nicht gepackt. Oh. Oh, wie du weggeflogen bist, Alter. Oh, Checkpoint, Dedo. Jetzt wird's lustig. Ich sag's dir. Oh, ich hatte eben so einen guten Run, Alter. Ich hatte so einen guten Run, Mann. Schmutz. Du hast ja so richtig viele Spielzeuge einfach, Mann. Die sind büdes nice. Oh, ich habe sogar so ein Explosiv-Ding, Digga. 10 Euro Paypal. Oh, nein. Okay. Weiter geht's, Freunde. Was für 10 Euro Paypal? Oh, Gott. Oh, Gott. Wir sliden hier runter. Ah, hau rein. So, jetzt können wir hier entspannt hochfahren, Freunde. Alles easy. Easy pop easy. Guck mal, da kommt der an. Oh, Gott. Er ist gleich hinter mir, Leute. Sein Asi. So. Nice, Digga. Nice. Platten. Tja. Noch einen Platten. Oh, gut, dass ich gegenlenken kann. Okay, gut gespielt. Ups. Was ist da denn passiert? Der Verkurren ist jetzt schon an. So, Alter. Er hat einfach Minen, Leute. Direkt vom Checkpoint. Oh, okay. Hau ab jetzt hier. Zieh Leine. Auf den Dorito. Oh, mein Gott. Nein, das ist ein Dorito, Digga. Da hat er direkt bekommen. So, aber kein Stress. Ich weiß, ich bin direkt hinter dir, ne? Kein Stress. Kein Stress, Denno. Kein Stress. Ich mach mir keinen Stress, Digga. Kein Stress. Weg mit dir. Wir laufen wie auf die Scheibe kaputt. Obwohl er mit dem Cabrio sitzt, Digga. So, hier ein paar Doritos mitnehmen, Freunde. Alles easy. Hinten hochfahren. Und Checkpoint, Digga. Sehr nice. Und nächster Checkpoint. Oh, mein Gott. Er schießt da schon wieder drüben. Oh, Mist. Weiter geht's. Ey. Ey. Jetzt wird das Windschattenrennen aktiviert. Alter. Oh, mein Gott. Er fährt mit diesem Kack da weiter. Er besitzt einfach nichts. Nein. Jawohl. Oh, Mano. Ey, diese Büsche. Okay, das ist heftig. Ich bin perfekt durchgekommen. Perfekt, Freunde. Jetzt hier nochmal. Boop. Ey, ich hab's nicht geschafft. So. Der ist gut, Freunde. Der ist gut. Ja. Oh, Checkpoint. Yeah. So, Leute. Leon steht da irgendwo ganz hinten. Man sieht ihn einfach auch schon gar nicht mehr. Und der macht hier irgendwie mit seiner Explosiv-Sniper Dinge. Oh, oh, oh. Dieser Pisser. Komm, du schaffst das. Der ist es. Der ist es. Der könnte es sein. Ein Tipp. Lehn dich nach vorne beim Flug. Wie geht denn das? Y drücken. Das geht. Bist du gerade rausgesprungen? Ich bin da echt drauf reingefallen, ne? Du bist gerade rausgesprungen. In so einer Stresssituation, Digga. Es ist wild. Das fühl ich. Ich fühl es. Das muss er sein. Das muss er sein, Denno. Oh, er kommt geflogen. Oh, oh, voll übergeschen. Da nehmen wir es sogar noch mit. Und jetzt, Digga. Voll über mein Gesicht, Leute. Nein. Alles noch klasse machen. Ey. Okay, ich fahre. Mist. Ich muss auch links fahren. Okay, er ist runtergefallen. Wir sind jetzt wieder vorne, Freunde. Denno hat es endlich mal geschafft. Nein. Gefühlt in einer halben Stunde. Er fällt runter, Digga. Er fällt runter. Darum geht es nicht. Schubbeln. Oh, nein. Ihr könnt uns doch jetzt keine. Nein. Okay. Ja, machst du da gerade ein Wallride? Okay. Nein. Er macht ein Wallride. Digga, lass doch bitte die Karre da vorne explodieren. Mach doch selber. Ey, du Assi. Solange dieses Auto da hinten nicht weg ist, ne? Ich dich so hart. Ja, hab so ein Checkpoint. Nein. Alter, Schwede. Das sah echt nicht schlecht aus. Das sah echt nicht schlecht aus. Pass auf, ich hol mir den Checkpoint gleich, Digga. Das schaffst du niemals. Digga, was ist das denn? Ich hab einen Platten. Oh, Junge, lass es doch bitte. Ich will einfach nur hier bleiben. Ich lauf hier nicht mal weiter. Digga, wie jetzt hier läuft. Nicht mit mir. So ein Frechdachs, Freunde. So ein Frechdachs. Ich glaub's mir nicht. Ey. Ja, Leute, da haben wir uns mal richtig durchgemogelt, ne? So was ist Cheaten, Digga. Was? Du hast das Rennen beendet? Ich kann das jetzt nicht zu Ende machen. Was ein Assi, Leute. Das kommt mir bekannt vor. Ja, sorry, dass ihr jetzt nicht bei mir das Ende sehen könnt. Dank Denno. Ja, Leute. Bedankt euch bei Denno. Ne? Das war's von der Scheißfolge gewesen. Haut rein. Ciao. Es geht wieder los. Wow. Geht dir gut. Alter, ich hab nen Platten, Digga. Was ist das denn? Er hat nen Platten. Er hat nen Platten. Kaspar, du bist toll. Hey, Digga. Was ist das? Hey, Digga. Ich hab dich runtergehauen, Kaspar. Was ist hier auf einmal los? Denno hin. Kannst du aber besser haben. Nein, da geht jetzt gerade nix. Oh, ja. Oh, wo muss man hin? Oh, ich hab's, ich hab's. Digga, raus. Ich muss auch weiter fahren. Pass auf, pass auf. Ich hab' in die Idee. Oh, ich bin durch den Buchstaben durch, Digga. Oh, ich bin durch den Buchstaben durch. So, Kaspar. Oh, da kommen sie. Und? Digga. Aus dem Weg. Ey, ich hab nen Platten oder so, ne? Oh Gott im Himmel. Hey, oh. Digga, das wird nen ganz, ganz wildes Trend. Ich spür für die Aggression. Wo müssen wir denn hier lang? Sag mal. Hau ab, hau ab. Oh, ja. Nein. Und ich zieh durch, ich zieh durch. Oh Gott. Nein. Ja. Jungs, ich komme wieder. Diesmal, wenn ich mich auch krass. Das lässt sich gar nicht mehr steuern, das Ding. Hehehe. Ah. Ey, du bist so ein. Ah. Oh, nein. Junge. Nein. Ich deck vom Checkpoint. Ich bin so am Kämpfen mit dem Plan, Digga. Ich bin so am Kämpfen. Entspann, Digga. Das ist doch echt klar. Ey, nicht im Ernst. Upsi. Ey, Kaspar, auch rein, Bro. Mago. Er wirft erst mal. Du, das gewährt nicht lange. Halbes Arsenal hin, Alter. Oh. Natürlich, Jungs. Ihr kennt es doch. Sie. Okay. Ah. Wir wollen es also auf die Tor. Ey. Sag mal hallo zum Granatenwerfer, Digga. Das ist für den Granatenwerfer. Abgehoben. Oh Mann. Abgehoben, Digga. Was, Leon, Digga? Wie bist du da durch? Nein, nein, nein. Der Kompaktgranatenwerfer. Du willst den Stierkampf. Haha. Der Kompakte, Alter. Der Kompakte. Durchziehen. Jo. Oh mein Gott. Da ist die unsichtbare Mauer. Oh mein Gott. Aus dem Weg. Oh. Die unsichtbare Mauer. Oh Gott. Bam. Was? Ich habe den nicht getroffen. Was hast du denn nicht gesehen? Das ist, dass dein Motorrad platt ist. Was ist das? Dein Motorrad ist platt. So. Was haben wir denn hier noch alles am Start? Stand. Oh. Und vorbei und schuf. Aber kein Problem, Digga. Oh nein. Weg, 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 weg. Leute, ich fahre mit dem Platten. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Wo muss ich denn hin? Ey, was machst du denn? Wo muss denn hin? Ey. Oh Gott. Ich habe irgendwo noch eine Mine hingelegt. Oh, was? Oh. Ach, Jungs. Das war nicht so. Oh, ich habe die Mine gehört. Bam. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nein, nein, nein. Oh. Das ist meine eigene Mine, Digga. Er fährt einfach fast in seiner eigenen Mine. Ich fahr jetzt aus dem Weg jetzt hier. Ja, guck dich das mal an. Hast du das? Oh. Oh. Bitte mach nichts. Oh. 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 Was ist das für ein Jump da hinten? Oh, was ist das für ein Jump da hinten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ich bin im Checkpoint gelandet, Leute. Ich bin im Checkpoint gelandet. Oh, ich bin zu hoch, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit, nein, verdammt, nein, ich bin, ah, naja, du bist so, oh, Gottes Willen, bitte, 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 nein, ah, wichtig, nein, 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 okay, okay, nächster Checklist, ja, roxo, 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 hau ab jetzt, ich bin gleich da, so, boost, boost, schnell weg, schnell weg, schnell weg, na, wo seid ihr, was für ein Boost, Digga, Digga, So ein Ding ist da, oh, was, oh, das war knapp, Kasper, das war richtig knapp, ey, nein, die Bombenplatten, so, Denno, Kammer, hau, Alter, das kann nix sein, Digga, oh, nein, oh, nein, Denno, war's gut, oh, mein Gott, na, Kasper, oh, hey, was, so ne Kopfnuss gegeben, Alter, du hast ja mir gar nicht in der Nähe, ich hab dir so ne Kopfnuss gegeben, so, okay, Jungs, okay, Denno, Denno, oh, nee, Digga, heute nicht, Hey, jetzt bin ich hinter dir, pass mal auf, easy going, Digga, kein Problem, ey, das ist doof Zahnrad, Alter, davon geht ja fünf, so, oh, nice, die da vorne, oh, ich krieg nen Boost rein, Digga, what the fuck, was geht denn hier ab, so, okay, Leute, hello, und, nein, zack, komm schon, ich hab dich gleich, ausmega, oh, weg, oh, weg, 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 was, oh, nein, du bist nicht aufs Airfield, oh, man, sehr hoch, so, oh, Nein, 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 nein Ich hab da irgendeinen Schenkläut nicht gekriegt. Oh nein. Als ob. Auf dem Airfield. Oh Jungs, jetzt wartet jemand ein bisschen auf mich. Denno, nicht so früh lachen. Oh, jetzt bin ich jetzt in der Vide. Ey Jungs, seht ihr was? Ich seh beim Mount Shield. Da geht so eine Spur drum. Ey. Ey, was? Hau mal ab hier, Denno. Nein, ich bin jetzt voll weit weg. Was soll das denn jetzt? Oh, weg, 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 weg. Ey. Ich dachte, das ist ein Checkpoint oder so. Na toll. Jo, ich komme. Ich komme. Haha, was? So, aus dem Weg jetzt hier. Aus dem Weg. Oh Gott, ich bin durch die Mine durchgeflogen. Als ob, Digga. Ah, nein. Ja, oh nein. Haut rein. Nein, haha. Weiß Arma kassiert als ob. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Kasma, Digga, weißt du was? Kennst du schon den Granatentunnel, Digga? Ich weiß nicht, was du weißt. Ich habe Granatentunnel. Oh nein. Oh, weg jetzt mit dem hoch. Abgebremd. Granatentunnel. Oh Gott, Digga. Ey, der liegt über Granaten. Oh, komm rein, komm rein. Oh Gott. Oh, verdammt. Oh, nein. Oh, nicht die ganz coolen Sachen. Oh, nein. Ey, er fällt einfach runter. Was? 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 Oh Gott. Da ist das Ziel. Nein. Nein, 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 nein. Nicht dein Ernst. Oh, oh, oh. War doch nicht. Alter. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Was macht ihr da? Was passiert da jetzt? Du musst Knobeln oder so. Das Knobelrennen, Digga. Ich laufe jetzt einfach ins Ziel. Als wenn du das machst, Digga. Ich brenne. Ich laufe jetzt gerade ins Ziel. Nein. Oh Gott. Nein. 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 Ich bin direkt beim Ziel gestorben. Ich bin direkt beim Ziel gestorben. Das kann doch nicht angehen. Oh. Genau, Alter. Der hat 300 IQ. Als wenn, nein, Sinn. Nein, das kann nicht sein. Nein. Oh, oh. Mit dem Wasser. Nein. Ja. Als wenn. Was? Egal, ich werde die Lester. Ich werde die Lester. Nein, bitte nicht. Hau rein, Kaspar. Hau rein, Kaspar. Hau rein, Kaspar. vorbei. Hihi. Ja. Oh. Nein. Das soll's auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn's dir gefallen lasst, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und schick einzelne Mal wie es dir aus. Und abonniert gerne den Kanal für tägliche Gaming-Folgen und mehr. Ciao, ciao.